wir sind wieder eine neue folge ftb mit dabei ist der benny hallo und wir spielen jetzt ftb die erste folge habe ich nicht aufgenommen aber ich komme zu dir ja hat ein paar problemen gegeben sorry dafür und was werden wir heute machen denn ja also ich habe so ein paar ziele weil ich will natürlich so alles klar ihr könnt dass ich schon die europäne ist klar auf mir das sind grüne saphieren ja das mit der mit silber in silber links haben ich kann haben nein ich fand sie auf jeden fall geht es jetzt mal weiter mit der zweiten folge mein ziel ist es etwas ein generator zu bauen und einen electric furnace muss ich auch gleich mal gucken wie das funktioniert und bei dir so was willst du die folge machen ja also eigentlich auch ein electric furnace und da war gerade was kurz hoffentlich nicht störend eigentlich nur ein electric furnace und sonst nicht viel weiteres das war es schon weil so viel werden wir vielleicht auch die folge nicht schaffen das ist halt auch mal gucken krasse buchler ich habe mir auf jeden Fall schon 1 2 ich bin eigentlich auch nicht so schwer ich weiß die gehen glaube ich aus ein und ordentlich aus einen Ofen halten mit reichen ähm leute nicht wundern wenn ihr das geräusch hört das ist das telefon was ich gerade etwas leise gestellt habe das macht jetzt so komische geräusche weil ich glaube ich höre das so nix ja ok dann hört ihr es wahrscheinlich auch nicht ja bei mir war gerade so ein skype anruf also wir sind die professionellsten youtuber hast du schon eine eisenspielzocke eine eisenspielzocke ja ich habe auch schon eine sapphire pickaxe nice also was hast du schon alles ganz normal gefarmt offline nee letzte folge stimmt ja waren wir ein bisschen farmen genau ja also diese folge möchte ich halt auch erst mal ein bisschen farmen gehen und natürlich etwas produktives schaffen damit wir etwas vorankommen auf jeden fall möchte ich so gut wie fast alles in diesem projekt ausnutzen also von irgendwie bienen und sowas bis zu atomstrom was weiß ich und ja da versuchen da versuche ich zumindest irgendwas hier hinzukriegen und ihr könnt immer gerne sagen was in welche richtung ich gehen sollten wir zaubern ja so im kamen oder sowas aber zauber ist auch gar nicht so einfach glaube ich ja das ist nicht einfach muss ich aber informieren ja da gibt es irgendwie so ein boot das heißt glaube ich taumonomikon oder so ja genau taumonomikon das kannst du hier wahrscheinlich dann craften ja das kannst du hier craften genau ich hab genügend wolle will ich auch holen wir kurz auch kurz mit dem bed vielleicht kurz eins machen oder ja mach mal eins hier ich hab zwei stücke ich jetzt mal eins hier ich werde wahrscheinlich diese folge auch versuchen ähm mein haus schon mal ein bisschen vorzubauen weil an den ressourcen habe ich jetzt eigentlich genügend erstmal eigentlich ganz viele und aber eigentlich auch noch eine große kühle wo hast du die betten eingesetzt ich hab eins bei mir und ich geh gerade zu dir rüber sprinten auf jeden fall das ganze technische sache es nur hinzukriegen ist es nicht gerade einfach weil wir spielen natürlich auf land spielen wir online hier ist viel los blammo get dragged easy warte nein ja schließlich so kommen wir zu ja ich hab eine mini umscherbe von dem kollegen ich hab mir zu einem ähnlichen modpecke habe ich schon das ist ja mit zwei dort blöcken ja genau das ist manchmal ich nervig das hatte ich mal das ist von den külpen so richtig aufgeregt ich hatte mein hausbau so kommt ein creeper baut du das loch wieder zu bauen konnten creeper also hier ist schon mal der spät was? warte ja also hast du eine schaufel? ja natürlich easy dann können wir das hinten gleich mal zu bauen oh hier ja danke so ähm dann gehen wir jetzt mal kurz ins bettchen und sitzen hier einfach mal ich hab ja da hinten ja schon so ein waypoint gemacht also ich liege schon ne hallo lass ich mal auch in dein bett ja warte ein moment da war kurz was kurz und mute und so spritten jetzt kommt sehr professionell auf den weg zu machen dass mal ein grundstück einfach ein baum steht bist du drin? ja geht es überhaupt nicht so jetzt da war jetzt so ich mal den besseren spawnpoint gesetzt und dann auf die Frage ist hab ich den jüngst fast? oh das ist hier so ein extremer zombie der läuft auch ganz schnell was gibt es hier hardcore bäst? ja ja die halten auch richtig viel aus irgendwie dann mach ich mir mal ne das ist nicht so viel nach drei Wortschritten hier war perfekt okay dann machen wir mal so ein Elektrik Furniture noch ein Furniture welcher ist es gibt so ähnliches Modpacker gibt zu starten von Villager das ist eigentlich voll witzig wenn du so was ein Haus aufstellt ich kenne das ich kenne das das heißt auch in die Leitung ist es aber irgendwie ein bisschen an Naja ähm was man ganz viel haben ich weiß nur noch nicht genau wie ich jetzt mein Haus bauen werde ich hab schon so ne Idee wie ich das bauen will ok 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 nein nicht italienisch wo ich die Häuser eigentlich ziemlich schön finde aber ich hab da hinten hab ich mir einen Waypoint markiert und äh da ist nämlich ne schöne Schlucht da geh ich jetzt hin Zuckerrohr kann man auch mal mitnehmen also ich tat lol also ich tat auf dem Server drauf gegangen bin ist ja auf einmal die ganzen Waypoints weg gewesen echt wir sind weg ich hab jetzt so noch ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben ähm wie man oder was man vielleicht dagegen tun kann äh dass die ganzen Waypoints vielleicht weg gehen oder so könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben was sie sind deine Dinge blieben bei mir stand da irgendwie was weiß ich diese nein warte diese Waypoint nein die Waypoints sind nicht mehr da oder irgendwie sowas keine Ahnung war eigentlich gut gut ich versuch hier grad was take da haben wir noch ein bisschen Eisen gefunden perfekt ich hab voll viel Eisen echt ja ich vertriebe vielleicht ja ok jetzt wieder nicht auch ein bisschen hier wieder ein bisschen Ember Wofür braucht man das Ember eigentliche können dir auch gerne mal in die Kommentare schreiben Warte mal, wenn du Marvel findest, kannst du, werde ich es mitnehmen, ne? Ne, gibt's hier überhaupt Marvel? Bestimmt ja eigentlich schon. Klar, irgendwo, irgendwo wird's immer Marvel geben. Ne, gibt's jetzt einen, äh, Stermine? Warte, hier runter. Oranium. Ich hab schon Oranium gefunden, ne? Drei, rein theoretisch hätt ich schon. Ich hab Marvel. Ah, okay, dann. Kannst du mitnehmen? Nö. Ich hab mir erst Geld durch diese Minikarte. Wenn du nicht unten, wo Bauschen steht, weil dran, ob da irgendwie was ist. Also, irgendeine Höhle. Sieht zwar nicht genau, ob es oben oder unten ist, aber... Ich hab da richtig einen riesen Gang gebaut. Hab' ich erst mal so was gefunden, erst mal so... So, ja, stimmt. Lavasee hab' ich gefunden. Dann hab' ich in Wien... Ich glaubte, jetzt kommt dann dieser... Ich bin ja grad' unterwegs, äh... Jetzt müsst ihr eigentlich gleich die so... Ja, hier ist Wasser. Okay. Und Wasser, weißt du, ne Wasser... Ich glaub's, ich hab' hier Tin gerade gefunden. Geht's hier rum, so... Dann hab' ich hier irgendwie... Ja, hier hab' ich hier die MLG-Riesenhöhle. Tin, oh, perfekt. Das brauchen wir nämlich unbedingt. Das ist ziemlich wichtig. Ich hab' ich hab' Kopper auch, aber nicht so viel. Deswegen hab' ich das noch nicht gepraten. Ich hab' schon 25 Kopper, ne? Ich hab' das noch nicht gepraten, weil ich will gucken, ob ich mir schon mal ein Dings machen kann. So'n... Mäßchen hinterher. Doppelt hat. Ja, so'n... Äh, oh. Loh. Scheiße, wie geht's hier nochmal raus? Nein! Aber ich glaub' im Unternehmen vom Ende... Ey, die ist jetzt zu sauer. Hey, oh! Nein, nein, nein! Hier ist grün, saphierschwert. Ah, getiess, getraged. Wie 60 Nosegort und so. Oh, da war noch hier sauer. Alles klar. hier ist noch kennst du serius ja ihr könnt aber noch gerne in die kommentare schreiben was ferris ist weil wir kennen uns gerade nicht so bombe mit dem modpack aus doch eigentlich schon ich bin ja ich bin nicht offline auf so einem anderen server manchmal haben wir das erst mal so getestet haben wir schon reaktor also man muss dazu sagen wir sind nicht gerade gerade die krassesten in 4 bis gleich also die sich jetzt ja okay damit auskennen oder so da gab es halt diese starter kit ja stimmt genau da gab es halt ein starter kit mit jetpack und so was aber so viel zeug aufs jetzt auch nicht okay man kann auch wollten ja okay das ist halt ein bisschen das macht es ein bisschen einfacher hier fangen wir einfach an eine kit und so ein bisschen mein minensystem angucken ist es echt kopf soll jetzt hier durch alles alles wir gucken dass sie rauskriegen ja heute wir eigentlich hatte benni in der letzten folge was gesagt dass jemand mitmachen wird die letzte folge ist immer noch am selben tag und der ist gerade der mitmachen eigentlich mitmachen sollte er ist gerade nicht da und deswegen nehmen wir jetzt einfach die folge so auf und ja beim nächsten mal kannst du auf jeden fall mitmachen du weißt wahrscheinlich wen ich meine oder die leute person weiß wahrscheinlich auch dass ich sie meine und weil es ist nämlich auch die erste person die ich angeschrieben habe auf skype auf jeden fall leute checkt übers wochenende euer skype account ich werde euch dort adden beziehungsweise duster games wird euch da vielleicht auch adden und ja man kann sich jetzt hier zum beispiel auf dem projekt auf dem server hier kann man irgendwie mit jedem aufnehmen mit dem man möchte und ja also ich finde eigentlich das richtig cool ich habe meine kiste wo ich habe meine ärzte und so drin habe versteckt und zu sehen im Moment aber wie baue ich das jetzt so so schlecht ein bisschen viel Ressourcen brauchen also von holz und koppelstern und so aber das ist schon okay schätze ich dann was brauchst du für ein haus groß baum haus oder ne bloß kein baum haus aber gerne wenn du dies zum salat dings machen willst hab ich mal angeguckt wie schwierig das ist ja ja hab ich mal gesehen ne warte mal herr scheiß ich komm hier grad irgendwie kacke das müssen wir alles machen so ihr habt es es passt auch hast du schon Redstone gefunden ja ich kann schieb aufschluss ja brauche ich unbedingt mal zu mir nee ich hab gar nicht ganz gut obwohl ich das nicht schon eher noch damit du bist zu hause ne ja Die Videosporate hier ist erstmal 14 ja gerne doch ey mied jene Es spuckt Blut aus. Danke. Willst du auf die Fresse? Hier! Ey, statt davon sich nicht schlagen. Ja. Hast du selber immer gesagt. Ja gut. Und was hast du dann am Ende gemacht? Dich auf immer nicht geschlagen. Ja, aber nein. Auf jeden Fall wird hier dann noch, weil das ja ziemlich hässlich aussieht, wird hier noch so eine Brücke rüberführen. Also keine Sorge.